Ich tue mich immer schwer, so direkt nach dem letzten Spiel ein komplettes Fazit der Saison zu ziehen. Ich denke, für so ein Fazit muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Abstand gehen, aber es war schon, denke ich, ein bisschen sinnbildlich dieses Spiel für die gesamte Saison, weil streckenweise gut, dann wieder gar nicht gut, wieder gar keinen richtigen Zugriff bekommen, teilweise gar keine Spielkontrolle gehabt und Ingolstadt war an deutlich mehr gefährlichen Torsituationen beteiligt als wir und das ist dann doch sehr, sehr bitter und da muss man dann auch ehrlich sein, dass wir einfach unsere Saisonzielen nicht erreicht haben, die ganze Saison über nie so richtig im Fuß fassen konnten, auch wenn wir eine Serie hatten, eine kleine Serie in der Hinrunde, aber trotzdem war das dann zu wenig aufgrund des versäumten Startes und wie gesagt, ich denke, dieser Kritik, die jetzt vielleicht in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird, der müssen wir uns zurechtstellen, weil wir einfach, wir hatten oft die Chance in der Saison, sag ich mal, den verkorksten Start wieder wettzumachen, haben das dann nie geschafft und da muss man dann noch ganz klar und ehrlich sagen, dann stehen wir zurecht da, wo wir jetzt stehen und das ist sehr, sehr enttäuschend.